Diesen Workshop überschrieben mit dem kurzen Titel Die Zukunft der Freiheit. Das ist eine Frage, die wir uns intensiv stellen und nicht nur ich, nicht nur wir, sondern Sie auch, nehme ich mal an. Denn was jetzt alles passiert in Bonn, in Berlin, Entschuldigung, in Berlin, hat ja etwas zu tun mit der Frage, hat das etwas zu tun mit freiheitlichen Fragen, das müssen wir uns stellen. Nun, ich würde einige Bemerkungen gerne machen in Bezug auf dieses Thema. Und zwar beziehe ich mich insbesondere auf Hayek. Für Friedrich August von Hayek stand Freiheit, meine Damen und Herren, in seinem Wertesystem, so will ich es mal nennen, über allen seinen Grundpositionen sozusagen vor der Klammer. Freiheit war für ihn der höchste Wert, aus dem sich alles ableitet. Versucht man, den analytischen Standort Hayek zu definieren, so liegt man nicht falsch, wenn man sein Bekenntnis zur Freiheit in seiner Präferenz zu einem langen Zeithorizont für eine Perspektive des methodologischen Individualismus, so nennen wir das in der Wissenschaft, man kann auch sagen, persönlichen Individualismus, für einen an das Wachstum des Wissens gekoppelten Fortschrittsoptimismus, für eine Präferenz für Wettbewerb, Dezentralisierung, Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit definiert. Das ist so in etwa die Hayek-Position im Großen, wenn man sie definieren will. Man sollte gewiss, so meine ich, hervorheben, dass diese Positionierung nicht zuletzt die Furcht für eine Einschränkung des öffentlichen Denkens und auch insbesondere von kreativen Minderheiten demonstriert. Ich glaube, wir haben jetzt gerade, oder wir beobachten in Berlin hier im Bundestag, wie wichtig es ist, dass man über diese Fragen der Minderheitsmeinungen nachdenkt. Denn Minderheitsmeinungen stehen immer in der Gefahr, von einer für politisch korrekt gehaltenen Mehrheitsmeinung dominiert und sanktioniert zu werden. Diese Gefahr halte ich nicht für marginal. Sie ist vielmehr von existenzieller Bedeutung für die Zukunftsentwicklung einer demokratischen Gesellschaft. Meinungsfreiheit und Demokratie heißt deshalb in unserem ersten Panel, das wir hier haben werden, in dem sicher auch zur Sprache kommt, dass es gar nicht immer nur um politisch verordnete Zensur geht, um die geht es auch, aber es geht auch um die Selbstzensur im Rahmen einer Atmosphäre der Political Correctness und insofern um die berühmte, ich will jetzt mal sagen Schere im Kopf, die die Freiheit gefährdet. Freiheit ist ein knappes Gut. Und wir sollten uns selbst durch eigenes Verhalten sehr darauf achten, wir sollten darauf achten, dass sich der Knappheitsgrad, der heute für viele schon unerträglich hoch ist, nicht noch steigt. Nun, Zukunftsentwicklungen implizieren, wenn wir auf die Zukunft schauen, Zukunft der Freiheit, implizieren immer die Herausforderung zur Generierung neuen Wissens. Neues Wissen wird aber nicht durch politisch majorisiertes Herdentriebverhalten produziert, sondern entsteht dank abweichender privater Exitoptionen aus den Denkkategorien der politischen Mehrheit. Im Übrigen auch aus der wissenschaftlichen Mehrheit, wie uns Einstein mal gezeigt hat, oder auch der theologischen Mehrheit, wie es Luther getan hat, den wir ja in diesen Tagen, in diesem Jahr so sehr feiern. Schöpferisch ist der monopolistische Wettbewerb der Ideen, nicht die Gleichheit der Mehrheitsmeinungen. Und Wissen, neues Wissen zu produzieren, ist wohl eine der fundamentalen Herausforderungen unserer Zeit. Warum betone ich das hier so nachdrücklich? Weil Wissen angesichts der Nichtsättigung menschlicher Neugier eine nichtendliche Ressource ist. Wissen ist nichtendlich. In einer Zeit wie heute, in der die Endlichkeit der Ressourcen dieser Welt spätestens seit der Club of Rome-Studie der 60er-Jahre immer wieder herausgestellt und mit apokalyptischen Zukunftsszenarien politisch korrekt garniert wird, In einer solchen Zeit ist die Bedeutung von Wissen als unendliche Ressource, die zudem ökologisch völlig unschädlich und sauber ist, nicht hoch genug einzuschätzen. Wissen zu generieren, ist deshalb die rationale Gegenstrategie zu den vielen politisch korrekten, emotionsgeladenen Geschäftsmodellen der angeblich absehbaren Apokalypse. Neues Wissen verschiebt und überwindet die moralgesteuerte Traditionshypothese der allgemeinen Ressourcenbegrenztheit auf dieser Welt. Wissen verschiebt die Begrenztheit. Das ist die Menschheitserfahrung. Das ist schon die Leute, die wir ja wissen, die da klatschen. Neues Wissen, meine Damen und Herren, wie sagt es eben, verschiebt die angebliche Begrenztheit der Ressourcen. Wissen ist also die unendliche Zukunftsressource schlechthin. Wer statisch orientiertes Gegenwartswissen, zum Beispiel Gegenwart des technischen Know-hows, Gegenwartswissen extrapoliert und es als Maßstab zur Abschätzung von Zukunftsentwicklungen nimmt, wie wir das ja im technischen Bereich dauernd erleben, der verliert die Zukunft. Um diese aber zu gewinnen, gilt es, sich neuem Wissen zuzuwenden, dieses zu fördern und zu lernen. Wie Wissen wächst. Dies halte ich deshalb für die größte Herausforderung der gesellschaftlichen Zukunftsgestaltung. Wie wächst Wissen? Wie wächst Wissen? Wie entdeckt man neues Wissen? Friedrich August von Hayek's bahnbrechender Vortrag, den er 1968 übrigens im Kieler Institut für Weltwirtschaft hielt und der mir als damaligen Studenten die Gelegenheit bot, den berühmten Hayek erstmalig persönlich kennenzulernen. Dieser Vortrag enthielt die faszinierende Idee, dass es der Wettbewerb ist, der als effizientes Verfahren fungiert zur Entdeckung von neuen Lösungen, die wir heute noch nicht kennen. Wettbewerb als Entdeckungsverfahren für Neues. Im Panel 2 der heutigen Veranstaltung, das sich mit der Freiheit und Technik beschäftigt, wird dieser Gedanke vielleicht, vielleicht sicher eine Rolle spielen. Jedenfalls sollte schon hier gesagt werden, dass die staatliche Sicht im Energiebereich und auch bei den zukünftigen Antriebstechniken des Autos durch staatliche Subventionierung und allerlei sonstige Vergünstigungen den Wettbewerb für die besten Zukunftslösungen moralgeschwängert zu verzerren. Dass eine solche Sicht, wie Hayek es so treffend formuliert, eine staatliche Anmaßung von Zukunftswissen ist, die zumindest eine von großen Irrtümern gespeiste hohe Ressourcenverschwendung nach sich zieht, die die Allgemeinheit dann zu tragen hat. Den innovativen Wettbewerbsgeist Hayeks in der deutschen Energie- und Klimapolitik regierungsamtlich in einem Maße aus dem Lande zu vertreiben, wie dies im interventions- und regulierungsaffinen risikoaversen Deutschland der letzten Jahrzehnte zur moralgesteuerten politischen Mode geworden ist, bedeutet, dass diese Generation, also wir, unser Nachkommen, diesbezüglich keinen großen Schatz produktiven Wissens übergibt, sondern eine teure Last versunkener Kosten regierungsamtlicher Irrtümer der politischen Korrektheit. Die produktive Kraft des unverzerrten Wettbewerbs wird, wie wir alle wissen, konterkariert in dem Moment, wo es Kartelle gibt, also Absprachen von Marktteilnehmern zur Ausschaltung des Wettbewerbs mit ihren negativen Wirkungen. Das ist bei ökonomischen Kartellen unbestritten. Aber, und das frage ich, wie steht es mit politischen Kartellen, also mit Absprachen politischer Funktionäre und Parteien zur Produktion von politisch korrekten Einheits- und Mehrheitsmeinungen. Also, ich frage bewusst in Analogie zu ökonomischen Kartellen, welche schädlichen Wirkungen haben politische Kartelle oder können sie haben? Der Bundestag und übrigens auch die politische Mascherin in Brüssel sind Orte dominierender politischer Kartelle, wo das Problem der Wettbewerbsaufsicht für ökonomische Kartelle sinnvollerweise streng fokussiert wird, aber die negativen Wirkungen politischer Kartelle auf den politischen Wettbewerb der Meinungen und der politischen Entscheidungen in keiner Weise thematisiert wird. Das Thema politische Kartelle findet in Deutschland nicht statt. Es ist vielleicht interessant zu wissen, dass es keine ganz große neue Diskussion geben würde, wenn wir das täten, wenn das hier en vogue wäre, wenn die Medien das mal aufnehmen, das ist schon über 100 Jahre alt und soweit ich das gelesen habe, ist das Problem der politischen Kartelle schon eins gewesen, was in der Gründung der sozialistischen Internationale eine Rolle gespielt hat. Aber da hatten die natürlich ganz andere Überlegungen, als wir das hier haben. Nämlich die Frage ist, was ist die Kartell Gegenseite etwa der Sozialisten? Ganz andere Frage. Aber das ist ein Problem, was sicher bei uns eine ganz große Rolle spielt, gerade jetzt, wo in Berlin die Netzwerke der politischen Kartelle sich bilden. Ohne als sehr abzuschweifen, beziehe ich mich hier explizit auf die Subsidiaritätsdebatte innerhalb der Neuordnung der EU-Architektur. Der Wettbewerb zwischen den Nationen und Regionen ist es, der Europa fit hält. Nicht die kartellierte, zentralisierte Einheitlichkeit der Meinungen und Politikentscheidungen in Europa. Ein Subsidiaritätsgericht als Wettbewerbsaufsicht, hätten wir es heute schon, könnte diesbezüglich wohl Gutes tun. Der Deutsche Sachverständigerat hat übrigens einen ähnlichen Vorschlag neuerdings gemacht, hat ihn bisher auch gar nicht beachtet, sieht es jedenfalls ähnlich und natürlich auch, wie manche Ökonomen, die sich, wie ich auch, mit dem Problem politischer Kartelle seit Jahren beschäftigen. Im Panel 3, meine Damen und Herren, geht es um Freiheit und Sicherheit. Grundsätzlich müssen sich diese Termini nicht widersprechen, denn Sicherheit ohne Freiheit impliziert auch die Gefängnisvariante des Lebens, die wir alle nicht wollen. wenn Hayek die Freiheit als höchstes Gut sozusagen vor die Klammer zieht, dann geht es also um Freiheit kum Sicherheit oder auch in der Hierarchie seiner Werte um Freiheit durch Sicherheit. Die Begriffe Freiheit und Sicherheit bedürfen nicht nur in diesem Kontext klare Bestimmungen. Dazu haben wir ja Gelegenheit, das zu tun. Und es ist ja nicht nur Milton Friedman zu nennen, der den berühmten Satz gesagt hat, dass eine freie, offene Gesellschaft sich nicht zugleich mit einem international offenen nationalen Sozialsystem verträgt, das im Zeitalter heftigster Immigration für jedermann soziale Sicherheit bieten soll. Darüber haben im Übrigen schon die ökonomischen Klassiker resoniert. Das Europa der Gegenwart, meine Damen und Herren, beschäftigt sich zudem ja auch und vor allem mit Außengrenzen und Binnengrenzen in ihrer Funktion der Sicherung von Bürgerfreiheit in Europa. Ein weites Feld, dessen intellektuelle Durchforstung im Panel 30 ja höchste Relevanz für politisches Handeln bieten wird. Zu guter Letzt lassen Sie mich noch Folgendes hinzufügen. Streit als freiheitlicher Ausdruck von Meinungsverschiedenheiten, die sich politisch verordneter Korrektheit entziehen, ist das produktive Salz in einer funktionierenden Demokratie. Politisch verordnete Alternativlosigkeit ist dagegen ein Anschlag auf das Intelligenzpotenzial einer Gesellschaft und enthält einen hohen Grad an staatlicher Monopolanmaßung von Wissen und Kompetenz. Dies ist die Philosophie von Diktaturen. Sie beschreibt eine Welt des Gesinnungszwangs, in der in einem angeblich herrschaftsfreien Diskurs nur die sogenannten intellektuellen Eliten bestimmen dürfen, wer das richtige Bewusstsein hat. Streit ist lebenswichtig für jede Organisation, auch natürlich für die Hayek-Gesellschaft. Aber dies stimmt wohl nur, wenn es eine Kultur des Streits, eine Streitkultur gibt, die andere nicht herabwürdigt, um sich selbst zu erhöhen. Streitkultur hat auch viel mit Sprachkultur zu tun. Geschwätzethik sollte nicht die Sprachethik nominieren. Und gutes, so will ich es mal nennen, gutes Debattenbenehmen ist letztlich eine Frage der Moral. In diesem Sinne freue ich mich auf die Debatten, die wir heute alle haben werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Wolf Schäfer, dem Vorsitzenden der Hayek-Gesellschaft an dieser Stelle, das auch noch nachzutragen. Wissen verdoppelt sich alle fünf Jahre, ist so etwas, was man immer gerne sagt. Aber ich glaube, auch Irrtümer verdoppeln sich alle fünf Jahre. Und es ist auch eine Herausforderung, das, was man schon mal gewusst hat, nicht zu vergessen. Bei der Vorbereitung auf den heutigen Tag habe ich festgestellt, dass Wolf Schäfer 1992 eine Arbeit veröffentlicht hat, 1992 eine Arbeit veröffentlicht hat und davor gewarnt hat, dass die Währungsunion, die EU, die EG, wie das damals hieß, spalten werde. Insofern Veranstaltungen wie heute, um sich noch mal zu vergewissern, was man schon mal gewusst hat, um es nicht zu vergessen, sind sehr, sehr sinnvoll. Und unser nächster Redner, Harald Schrader, ist Zahnarzt. Mit ihm verbindet mich persönlich etwas. Wir sind beide Angehörige eines freien Berufes. Und das wird jetzt sicherlich auch seine kurze Darlegung sein, nachdem ich schweige. Nur zu Ihnen auch noch diese Worte. Die Europäische Union, von der Wolf gerade gesprochen hat, maßt sich derzeit an, Ihnen, Ihre Anwälte, abspenstig zu machen, indem nämlich Richtlinien auf den Weg gebracht werden, das Geheimnis des Anwaltes und die Vertraulichkeit des Anwaltes zu beseitigen. Anwälte sollen verpflichtet werden, berichten zu müssen, wenn ein Mandant zu Ihnen kommt, um Steuern sparen zu wollen. Ist das möglicherweise ein illegales oder auch ein legales, aber gar zu pfiffiges Modell? Und nachdem unsere Freunde in Brüssel darauf hingewiesen worden sind, dass das deutschrechtliche Verständnis des Anwaltes und des freien Berufes und des Mandatsverhältnisses ein ganz besonderes ist, dass da ein Vertrauen geschützt wird, hat man aus Brüssel geantwortet, vielleicht sei die richtige Lösung, diese Probleme europäisch zu lösen, dass man die Rechtsanwälte insgesamt der Staatsaufsicht unterstellt. Das ist der Wind, der aktuell aus Brüssel weht. Und insofern bekommen Anwälte jetzt das zu spüren, was Zahnärzte schon sehr, sehr lange spüren, nämlich staatliche Bevormundung. Harald Schrader, Ihr Gastgeber heute auch das Wort für Sie. Herzlichen Dank, Carlos Gebauer. Ich darf Sie auch im Namen des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte und der Haarjagd-Gesellschaft recht herzlich begrüßen, liebe Gäste. Also mir haben Sie gleich verschiedene Gedanken aufgedrängt. Zum einen natürlich beim Vortrag von Professor Schäfer, es geht natürlich nicht nur um die Generierung von Wissen, sondern auch um den freien Zugang zum Wissen. Das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass das Wissen sich nämlich potenziert, das wissen wir, hat ja Carlos Biel und die Irrtum mal entsprechend, aber wer profitiert von dem Wissen? Wir hatten ja immer gedacht, die Zeiten der katholischen Kirche sind vorbei, wo man das in Kellern verschließen kann, aber die Keller stehen jetzt in irgendwelchen Servern, in irgendwelchen russischen, amerikanischen Kellern und wer dort den Schlüssel hat, das wird bestimmt auch eine spannende Frage sein hier in diesem Plenum. Deswegen freue ich mich sehr, nachdem Professor Schäfer hier den ideellen, ideologischen Oberbau geliefert hat zum Begriff der Freiheit, so wie in Hayek gesehen hat, vielleicht ein paar Gedanken aus Sicht eines Praktikers, eines Betroffenen. Ich bin seit 30 Jahren praktizierender Zahnarzt in Schwarzenbeck, das ist im südlichen Schleswig-Holstein, also auf dem Balkon zur Elbe und es macht einen schon betroffen, wenn man über 30 Jahre praktiziert und feststellt, dass die Freiheitsgrade, mit denen man sein Studium begonnen hat, Wissenschaft, Zuwendung zu den Patienten, peu à peu von Regulierung oder wie es so schön europäisch heißt, Deregulierung, das musste ich auch erst mal lernen, was Deregulierung heißt, das heißt nämlich eigentlich Umregulierung, das heißt, ihr sollt es nicht mehr regulieren, sondern wir wollen es jetzt regulieren, das musste ich auch erst mal EU-mäßig begreifen. Aber ich will versuchen, diesen Begriff, diesen abstrakten Begriff der Freiheit ein bisschen griffiger zu machen durch einige Beispiele, die uns im zahnärztlichen Bereich in den letzten Jahren besonders aufgestoßen sind. Wir haben uns selbst als Freier Verband eine Denkpause auferlegt, so ähnlich wie die FDP ja auch. Christian Linden hat es ja bezeichnet als außerparlamentarischen vierjährigen Bildungsurlaub. Hoffentlich hat er genutzt. Wir werden sehen, was das Ergebnis der Verhandlungen sein wird. Der Begriff der Freiheit im Sinne der Berufsausübungsfreiheit und die Patientensouveränität, verstanden als Entscheidungsfreiheit des Individuums, liegen im Zentrum unserer Überlegung. Lassen Sie mich zunächst auf die momentanen Rahmenbedingungen der Rahmenbedingungen der Berufsausübung eingehen. Wie der Name Freier Verband vermuten lässt, muss es auch unfreie Organisationen geben. Wir haben auch unsere Antagonisten im zahnärztlichen Bereich. Man muss auch nicht lange suchen, um fündig zu werden. Bei der Recherche stößt man schnell auf die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen und die Zahnärztekammern, die in der Außendachstellung als Interessenwahrer der zahnärztlichen freien Professionen gelten. Schaut man sich die Interessenwahrnehmung näher an, so entdeckt man, dass trotz der wohlklingenden Organisationsnahmen der Möglichkeit der Interessenwahrnehmung strikte Grenzen gesetzt sind. Die KZV ist an die Einhaltung der SGB V-Reglementierung gebunden. Bei Zuwiderhandlung droht der Staatsbeauftragte, um für Ordnung zu sorgen. Die jüngst erlassenen neuen Fesseln des euphemistisch Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes genannten Fremdverwaltungsermächtigungsgesetzes sprechen Bände. Das stammt nicht von mir, das stammt vom Vorsitzenden des GBA. Deswegen kann ich das gut zitieren. Der ist ja unverdächtig. Auch die Zahnärztekammern sind durch das Zahnheilkundegesetz dem Wohlwollen wechselnder Ländersozialminister unterworfen. Der Staat hat seine Regelungskompetenz in eine Regulierungskompetenz ausgeweitet, die die Frage aufwirft, warum er die Selbstverwaltung dann nicht gleich in eine staatliche Fremdbewirtschaftung umwandelt. Diese Frage ist leicht zu beantworten. Erstens, weil er es nicht kann. Die Effizienz staatlichen Managements kann hier in Berlin am Beispiel des Zughafenneubaus bewundert werden und zweitens, weil es viel billiger ist, denn die Regulierten, die Zahnärzte zahlen die Verwaltung aus eigener Tasche. Die erforderlichen Mittel für die genannten Organisationen werden direkt vom Kassenhonorar abgezogen, bevor der eigentliche Empfänger auf dumme Gedanken kommen kann, was er mit dem Geld sonst machen könnte, ein in der Sozialversicherung hinlänglich bekanntes Prinzip. Kehren wir also zurück zum Freien Verband, der sich vor über 60 Jahren aus der Not heraus gegründet hat, allen Kolleginnen und Kollegen das Recht auf Zugang zum damals noch Kassenzahnarzt-System zu ermöglichen. Es gab damals, die Eltern unter uns werden sich erinnern, noch durchaus Unterschiede auf dem Praxisschild. Da war dann zu lesen, alle Kassen oder nur Ersatzkassen oder es gab ja verschiedene Abstufungen, nicht jeder durfte an allen vertraglichen Regelungen teilnehmen. Der Freie Verband hat damals dafür gestritten, dass das selektive Kontrahierungsrecht, das den Kassenzustand in ein allgemeines Recht der Zahnärzte zum Vertragsabschluss mit den Kassen geändert wird. Diese Bemühungen waren damals von Erfolg gekrönt. Der Freie Verband deutscher Zahnärzte ist der Auffassung aus dieser Zeit heraus, dass eine gute Zahnheilkunde verschiedene Freiheiten braucht. In unserem Bereich ist es einmal die Therapiefreiheit, es ist die Freiheit der Arztwahl und es ist natürlich die freie Berufsausübung. Lassen Sie mich zur Therapiefreiheit einige Bemerkungen machen. Ärzte und Zahnärzte sind verpflichtet, den sie um Rat und Hilfe aufsuchenden Patienten umfassend aufzuklären. Um dies leisten zu können, muss jeder Arzt ökonomisch unabhängig sein und darf nur den Regeln seiner Profession unterworfen sein. Soweit die Theorie. Staatliches Wunschdenken, sei es über Krankenkassen indirekt oder mittlerweile ganz unverblümt direkt durch strangulierende Gesetzgebung, führt im Ergebnis zu Mangelverwaltung und Zwangszuteilung. Hält der Arzt mehr als sechs Massagen für medizinisch erforderlich und verordnet diese frecherweise, zieht man ihm die Kosten dafür hintenrum von seinem Kassenhonorar wieder ab, handelt er aber kassenkonform, verlässt er die etlichen Grundlagen. Das kann dann auch wieder zu einem Regress führen, so baut man Normenfallen auf. Echte Therapiefreiheit sieht in unseren Augen anders aus. Die freie Arztwahl ist die Basis des freien Therapiegesprächs und die Basis des Therapiegesprächs ist Vertrauen. Nur wenn der Hilfesuchende sich vertrauensvoll angenommen und empathisch begleitet fühlt, kann das gewünschte Therapieziel erreicht werden. In Großeinheiten wie den medizinischen Versorgungszentren gibt es die freie Arztwahl nur noch auf dem Papier. Wer einmal das zweifelhafte Vergnügen hatte, in einem Versorgungszentrum gleich welcher Art zu landen, weiß, was ich meine. Der Patient wird von einem angestellten Arzt behandelt, der die wirtschaftlichen Weisungen seines Arbeitgebers zu befolgen hat und es muss nicht jedes Mal derselbe Arzt sein. Ein Vertrauensverhältnis entsteht so nicht. Zuwendung und Aufmerksamkeit sind die Schlüsselworte für ein funktionierendes Arzt-Patienten-Verhältnis. Sie sind ersetzt worden durch Begriffe wie Landesdurchschnitt und Wirtschaftlichkeitsgebot, aber auch durch Umsatzzahlen und Rendite streben. Die Zeiten, zu denen sich der Zahnarzt mit einer Helferin und dem Lehrling unterstützt durch die abbrechende Ehefrau, den Patienten wohl widmete, neigen sich wohl dem Ende. Ich erinnere aber daran, dass dieses tradierte Modell die deutsche Mundgesundheit weit, weit nach vorn gebracht hat. Dieses System soll nun ohne Not abgelöst werden durch Großeinheiten, speziell durch medizinische Versorgungszentren. Nachdem der Krankenhausbereich und der Arzneimittelsektor dem Kommerz geöffnet wurden, ist jetzt der ambulante Bereich an der Reihe. Die Kapitalgeber von Jakobs bis Bertelsmann stehen bereit. Die Ärzte haben den Anfang gemacht, die Zahnärzte sollen folgen. Selbstverständlich können betriebswirtschaftlich durchorganisierte und durchrationalisierte Großeinheiten eine günstigere Rendite einfahren, erst recht, wenn die Kapitalgeber mit einer Umsatzrendite von drei bis fünf außerordentlich zufrieden sind. Das Auslaufmodell Zahnarztpraxis, wie eben beschrieben, kann mit einer solchen Rendite nicht überleben. Der Vergleich zwischen Tante-Emma-Läden und Lidl hinkt hier nicht allzu sehr. Wohlgemerkt, ich spreche nicht gegen Wettbewerb grundsätzlich, aber ich spreche gegen solche asymmetrischen Wettbewerbsbedingungen. Ich könnte das noch weiter ausführen. Es ist ausgesprochen politischer Wille. Das manifestiert sich zum Beispiel darin, dass also ein MVZ unbegrenzt Angestellte haben kann, ein Vertragszahnarzt, so wie ich, kann nur zwei Angestellte in seiner Praxis anstellen mit der Begründung. Ich hätte eine Überwachungspflicht und ich müsste auch persönlich haften. Diese Grundsätze gelten für ein medizinisches Versorgungszentrum nicht. Ich kann Sie hinweisen auf eine kleine Anfrage der Linken, die mit uns zusammen koordiniert worden ist, wo die Bundesregierung das festgestellt hat und auch eine Antwort auf unsere Frage, warum es denn so sei, schuldig geblieben ist. Mit dieser Vergewerblichung einhergehende Ökonomisierung führt weg von der beschriebenen erforderlichen ärztlichen Unabhängigkeit hin zum Gewinnoptimierungsprinzip. Die Patienten werden in diesem neuen System die Verlierer sein. Das ist meine Prognose. Verlierer wird der Patient auch auf einem anderen, die Zukunft bestimmenden Gebiet sein. Es geht um den Aufbau einer staatlich verordneten Telematik-Infrastruktur. Begriffe wie Datenhoheit und freier Wettbewerb werden in diesem Zusammenhang oft bemüht. Die Realität sieht anders aus. Solange die Gematik auf Staatskurs fährt, ist alles in Ordnung. Bei Zuwiderhandlung wird auch hier die Zwangsknute in Form von Honorarabzügen herausgeholt. Wie der Patient Herr über seine Gesundheitsdaten bleiben soll, ist unklar. Fest steht nur, dass die gesammelten Daten für Zentralsteuerung in Form von Priorisierung und daraus folgender Rationierung, so wie es Prof. Bieske aus Kiel beschrieben hat, gebraucht werden. Großkonzerne sehen mit Vermarktungsstrategien persönlichster Daten in erster Linie Möglichkeiten der Gewinnoptimierung. Ich hoffe, ich habe mit diesen kurzen Erläuterungen klarmachen können, wie wichtig der Begriff der individuellen Freiheit für ein gut funktionierendes Gesundheitswesen ist. Wer die Hand an diese Grundpfeiler legt, dem schwebt ein anderes Menschenbild vor. Der fürsorgende Sozialstaat übernimmt die Rolle des sich dem Patienten zuwendenden Arztes ein. Dieser wird zum Erfüllungsgehilfen oder Leistungserbringer degradiert. Prof. Giovanni Mayo, der Gesundheitsethiker aus Freiburg, hat uns in einem Referat anlässlich unserer diesjährigen Hauptversammlung vor wenigen Tagen hier in Berlin eindringlich davor gewarnt, uns von Technokraten auf die reine Leistungserbringung begrenzen zu lassen. Der Medizinethiker erläuterte, dass gerade auch Zahnärzte reduziert würden auf die Anwendung bestimmter Schablonen im Sinne einer Fließbandaktion unorigineller Fleißübungen. Ich glaube, das trifft es ziemlich genau. Das Motto unserer Hauptversammlung, das bei Alexander von Humboldt entlehnt war, alle sind gleichmäßig zur Freiheit bestimmt, passt gut zum Forum Freiheit. Ich bin gespannt darauf, in welchem Sinne diese Veranstaltung Antworten auf diese humboldtsche Idealvorstellung geben kann. Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang auf eine ausliegende Schrift des Freien Verbandes hinzuweisen, verfasst vom hier anwesenden Kollegen Bertram Steiner, in der er unsere Vorstellung von einem freien Beruf zur Papier gebracht hat. Ich empfehle Sie nun der Diskussion des ersten Panels und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir so geduldig zugehört haben. Dankeschön. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020